Okay, bereit dafür? Drei, zwei, eins. Oh mein Gott! Ja, Freunde, ich habe auch gedacht, es dauert noch eine Weile, bis wir unseren heiß geliebten Eierkopf wiedersehen. Ich glaube, er will mich feiern. Allerdings hat der liebe Dushu mir einen ziemlich geil Penis! Programmiert. Mit dem man echt interessante Sachen machen kann. Grüße und Herz geht auf jeden Fall raus an dich, Brudi. Vielen lieben Dank. Checkt auf jeden Fall mal seinen Kanal ab, den Link tue ich euch unten rein. Übrigens, danke an alle für den großartigen Support, den ihr für dieses Projekt gebt. Das ist wahnsinnig geil. YouTube macht richtig, richtig Spaß im Moment. Weil ihr das übel zu feiern scheint, was ich mache, und das fühlt sich einfach großartig an. Für alle, die neu sind, herzlich willkommen im Team SEV. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, klickt mal unten kostenlos auf den Abonnieren-Button für mehr von Body's Basics und anderen lustigen Games. Hey Leute, gut, dass ihr eingeschaltet habt, denn wir fangen mit etwas an, was ich bis jetzt auch bei keinem einzigen anderen YouTuber gesehen habe. Weil ich diesen Modus, wie gesagt, exklusiv bekommen habe von jemandem aus der Community, beziehungsweise bis jetzt einfach noch jemand anderes drauf gekommen ist. Ja, Daddy, du hast richtig gehört. Wir machen ganz freche Sachen heute. Dafür darfst du mich auch gerne mit deinem Lineal verhauen. Das sieht zwar hier auf den ersten Blick noch wie die ganz normale Version aus, allerdings gewinnt man hier. Allerdings, und das wollte ich sagen, ist in den Pfeiltasten hier eine No-Clip-Option eingebaut, mit denen man sozusagen wenig durch Wände gehen und die ganze Map erkunden kann. Wenn ich jetzt hier nach vorne drücke, dann beamt es uns ja sozusagen vor die Schule und wir können in braunen Elend herumstreifen, bis wir schwarz werden. Genau deswegen hat das auch gerade mit dem Ausgang gut funktioniert, weil man einfach rausgehen kann, oder die Notizbücher einzusammeln. Und hey, ich kann by the way unendlich sprinten. Vom Austreten hatten wir in den letzten Folgen schon genug. Ich kann ja auch an beliebiger Stelle wieder eintreten. Wenn ich jetzt nach unten drücke, dann passiert Folgendes. Seid ihr bereit? Boom! Wir sind oberhalb der Map und können hier erstmal alles angucken. Das ist allerdings noch in der Beta, man kann es nicht so richtig kontrollieren. Das bringt uns immer wieder an denselben Punkt zurück. Aber ich denke mal, in späteren Versionen werden die ganz findigen Leute hier, die das Spiel auseinandernehmen, eine Möglichkeit finden, wie wir durch die Wände unserer Wahl gehen können. Dann sind wir wieder hier vorne. Das ist eigentlich ziemlich lustig, vor allem jetzt sieht man halt auch die ganzen Spawn-Punkte von diesen Extra-Items, die immer wieder im gleichen Raum auftauchen. Das heißt, man könnte sich prinzipiell zur Lösung des Spiels, also wenn man das letztlich schaffen möchte, einfach eine Strategie überlegen, welche Gänge man wann geht, in welcher Reihenfolge, welche Items man dann entsprechend mitnimmt. Okay. Ich kann leider nicht nach unten gucken, frag mich allerdings, was das hier braun ist. Ich glaube, hier ist es einfach gar nichts. Das ist interessant. Hier ist kein Raum. Das ist halt der Boden, der auch draußen ist. So, hier taucht die Wand auf. Die Wände, die gibt es nur von innen. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann komme ich nie wieder raus. Passt auf. Yep. Aua. Frage ist, was ist das hier für ein Raum? Da ist ja Besen drinne, glaube ich, ne? Was ist eigentlich mit diesem komischen Globus hier? Warum ist das ein Exit? Warum hat es dieses Schild oben drüber? Ist das einfach fake, um uns irgendwie zu verwirren? Oder ich begreife das gar nicht. Oder passiert damit vielleicht noch irgendwas in der späteren Version? Das ist vielleicht Stoff fürs Update. Apropos Update, Leute. Freunde, vielen lieben Dank fürs Randeim. Ich habe nämlich was für euch. Bevor wir zum nächsten sehr, sehr interessanten Mod kommen, gibt es einige Neuigkeiten, die das Spiel betreffen. Ich hatte es ja bereits gesagt, dass der Entwickler gerade ganz fleißig an einem neuen Update arbeitet. Mit neuen Charakteren, neuen Items, neuen Ending-Sequenzen, ein paar kleinen Secrets. Und er hat jetzt vor ein, zwei Tagen so einen kleinen Screenshot auf seinem Twitter-Account veröffentlicht, wo er das schon mal so ein bisschen anteasert. Klar, viel kann man noch nicht erkennen, allerdings macht das wahnsinnig neugierig. Wir sehen am Ende des Flures auf jeden Fall Bordi rumstehen mit noch ein paar anderen Leuten im Schlepptau. Eine könnte der Bulli sein, allerdings ist der ziemlich groß, wie man weiß, und blockiert sozusagen den ganzen Flur. Das heißt, das könnte schon ein ganz neuer Charakter sein. Reinsumen lässt leider auch nicht viel mehr erkennen, allerdings, wie wir sehen, liegt denen dort irgendetwas Blaues im Weg. Wie so eine Art Stolperfalle oder Laser, könnte ich mir vorstellen. Ihr könnt ja mal gerne unten reinschreiben, was ihr denkt, was das ist. Es sieht aber so aus, als könnte man denen irgendwas vor die Füße schmeißen, was die blockiert oder vielleicht sogar langsamer macht. Wäre auf jeden Fall cool, wäre auf jeden Fall super nützlich und ich bin wahnsinnig gespannt, was er sich für das Spiel ausgedacht hat. Und jetzt das Beste, das Update kommt wohl noch diese Woche. Seid gespannt. Die allermeisten von euch sollten ja mittlerweile den Hardcore-Mod kennen. Call these Brutal Basics. Ich habe ihn noch nicht gespielt und genau deswegen interessiert mich, wie weit ich komme im First Try, liebe Freunde. Ja, ja, wir haben jetzt ganz viel Spaß, nicht wahr? Ich habe gehört, die Matheaufgaben sollen wesentlich schwerer sein, sowohl als auch den Schaden, den die Gegner zu fügen. Was das bedeutet, das gucken wir uns gleich mal an. So, Moment mal, äh, ich bin ein bisschen eingerostet. Das ist mehr peinlicher, als ihr vielleicht wisst. Ah, okay. Das war noch einfacher, aber es ist auch erst das erste Notizbuch, Alter. Ja, alles klar. Oh, unser Sprint wird schneller, alle. Wir verlieren wesentlich schnelle Ausdauer, seht ihr das? Ich weiß nicht, ob wir das auch schneller regenerieren. Ist doch egal. Also, wenn jetzt, das ist nicht möglich. Wenn jetzt Multiplikation und Division noch ins Spiel kommen, dann ist aus. Aber das ist eine unmögliche Rechnung. Oh, come on. Oh, come on. Oh, mein Gott. Jetzt hat er, jetzt hat er doppelte Geschwindigkeit schon von Anfang, oder? Oh, no. Oh, no, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, 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 der ist richtig schnell. Verdammt nochmal. Also, wir können sagen und schreiben, 5 Meter Sprinten. Bevor uns die Puste ausgeht. Wir sind in der Zwischenzeit richtige Couch-Potato geworden. Ich wünschte, ich hätte trainiert. Ich kann mir vorstellen, dass uns der Direktor auch hier hart auf dem Fersen sitzt. Und immer weiß, wo wir sind. Das wäre natürlich keine schöne Ausgangssituation, nicht wahr? Also, zwei Notizbücher habe ich schon mal, wenn ich daran erinnern darf. Häää! Nein, let's nicht play, let's never play. Was? 10? Ich brauche jetzt einen Sweeper. Ich brauche sowas für einen Sweeper, Alter. Oh Gott. No jumping ropes in the hallway. Hau ab. Oh, wir haben de Soda, Alter. Hau ab. Oh Gott, der ist hier. Oh Gott, der ist hier. Kriegen wir noch 1? Kriegen wir wenigstens? BITTE NAAAIN Was?! 100 Sekunden?! Was ist unmöglich?! Was?! Ich hab zwei Bücher eingesammelt! Wie soll denn das gehen?! Ich bin doch nicht mal an die Items rangekommen! An dieses komische Tape oder so! Oh, leck mich! Das geht so nicht! 100 Sekunden, alter! Das ist Instant Death, alter! Hahaha! Geil! Hat das irgendwer auf Youtube geschafft?! Alter, wenn dann Respekt! Und by the way, mir ist aufgefallen, die Sounds von den Mädchen dieses Zählen, also 6, 7, 8, 9, 10, waren glaube ich die Originalsounds, oder? Das heißt, das ist ein Modus, der ist schon im Spiel drinne! Der Entwickler hat daran gedacht, der hat das eingesprochen oder einsprechen lassen! Das heißt, bestimmt kann man in späteren Versionen irgendwie die Schwierigkeitsstufen noch ändern oder so und jetzt hat das halt jemand quasi selber programmiert, hier Epic JPEG 72 Alles klar, Freunde! Und jetzt schauen wir uns mal genau das Gegenteil an! Wenn das gerade sozusagen der Höllenmodus war, dann ist das hier das Himmelreich, denn mit diesem Mod können wir jede dritte Aufgabe schaffen und Baldi wird nicht wütend! So, jetzt Freunde! Augenblick der Wahrheit! 0-0 ist 0, 8-5 ist 3 und die dritte ist noch verglitscht! Aber was passiert, wenn wir jetzt hier 1 eingeben? 0-0 ist das cool! Warte mal! Warte mal! Ey, wenn der jetzt da steht! Ist das geil! Wir haben 2! Das heißt, wir können jetzt diese Türen hier betreten! Und die sind alle noch gar nicht aktiv, oder? Die werden mit dem Failen der ersten Aufgabe aktiviert! Das heißt, wir können uns frei bewegen! Und auch hier haben wir wieder unendlich Sprint! Ich könnte jetzt ganz easy einfach alle Notizbücher einsammeln! What?! Cool! Warte mal! Ich mach das mal! Ich nehm jetzt hier mal alles mit! Ey, Baldi! Bisschen Soda! Ey! Niemand verschmäht Soda! Okay, nächstes Buch! 0-7 plus 18 15 Und das ist irgendwas! Alles klar! Warte mal! Was ich ausprobieren möchte, ist ein Raum finden mit einem Notizbuch und mal zu versuchen, die ersten beiden falsch zu beantworten! Ob das geht? Also, ich weiß es nicht! Einfach da mal eine falsche Lösung eintragen! Uno Momento! 5-2 sind 3! Ich geb jetzt einfach mal 56 ein! Okay! Ich kann irgendwas machen! Wie geil ist das bitte! Also, das sind natürlich alles nur so Just for Fun Mods! Das ist natürlich alles nicht ernst gemeint! Aber ich glaube, gerade auch in Zukunft wird es noch Mods geben, weil ja jetzt Leute schon so fleißig dabei sind! Das heißt, das scheint gar nicht so schwer zu sein! Die vielleicht die Charaktere ein bisschen verändern, wie sie reagieren! Und ja, welche Aufgaben man einfach hat! Das fände ich auf jeden Fall extrem interessant zu sehen! Wie man einfach aus diesem kleinen Minispiel noch mehr rausholen kann! Ich meine, wenn man sich das mal überlegt! Das wurde für einen Game Jam innerhalb von zwei Tagen ursprünglich mal entwickelt, glaube ich! Oder wenige Tage zumindest! Und hat jetzt halt so einen Hype, weil das die Leute super abfallen! Was ich noch ausprobieren möchte, ist, was passiert, sobald ich alle hab! Ob dann Bori vielleicht aggressiv wird! Ob dann der Sprecher wieder kommt und es rot wird! Oder was passiert! Oder ob wir einfach schnurstracks ungesehen aus dem Exit herausschreiten können! So wie das ursprünglich war, wenn Baldi nicht der übelste Psycho wäre! So, passt auf jetzt Leute! Letztes! Jetzt bin ich gespannt! Moment! Es kommt bestimmt gleich trotzdem die Stimme, oder? Congratulations! You found all seven Notebooks! Now all you need to do is! Get up while you still can! Was passiert? Achso! Achso! Achja! Wir können in der Tat einfach rausspazieren! Okay! Dieser Mod hat irgendwas kaputt gemacht! Haha! Gut! Da funktioniert jetzt natürlich das Ending nicht mehr! Aber es spielt auch keine Rolle! Weil wir haben ja eh die Challenge nicht mehr gehabt! Okay! Ciao Baldi! Wir sehen uns! In der Räune! Das ist klar liebe Leute! Wenn ihr geheizt seid auf das neue sehr sehr bald kommende Update! Dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da! Und genau so! Wenn ihr Spaß hättet mit den Videos und gerne möchtet, dass ich noch weitere Mods ausprobieren soll! Sofern es die gibt! Sofern ich die finde! Ihr könnt mir Tipps für immer unten reinschreiben! Und was mich noch interessieren würde! Was für eine Mod würdet ihr gerne in dem Spiel sehen? Welche Veränderungen hättet ihr gerne? Was könnt ihr euch vorstellen? Vielleicht habt ihr ja selber Ideen! Das wäre auf jeden Fall sehr sehr interessant für mich! Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen! Das Video war recht aufwendig! Wäre schön wenn ihr es mit einem Like unterstützt! Und wir sehen uns beim nächsten Mal! Ich bedanke mich bei euch! Vielmals fürs Zuschauen! Und machts gut! Ciao! You're doing fantastic!